Ich heiße Marina und heute spreche ich über das Thema Souvenir. Mein Lieblingssouvenir ist ein Mega-Bleistift, etwas 38 cm lang. Ich habe diesen Bleistift am Flughafen Paris für 4 Euro im Winter 2019 gekauft. Paris ist eine sehr schöne Stadt. Ich habe mit einem Bus einen Hund facht und habe auch viele Attraktionen, Attraktionen, wie der Elfer-Tour und das Lovie-Museum besucht. Bei diesen Heisen war ich mit meiner Familie unterwegs und wir haben auch England und Italien besucht. Tschüss!